Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Anthem hier bei Explorer IP und dem 20. Versuch eine Mission zu starten. Wir wollen dreifache Bedrohungen machen und die Mannigfalt für den guten Matthias finden und ja, ich hoffe, dass der Ladebalken jetzt gleich kräftig durchrattert und Expedition wird gestartet. Was war das? In der Anthem-Demo ist nicht der gesamte Spielinhalt der Vollversion verfügbar. Das bringt mir auch nichts, wenn ich nicht mal ansatzweise eine Mission starten kann, dann ist mir das eigentlich Latte. Es sei denn, die meinen das damit. Ladebalken, Bug. Gut, das ist der 20. Versuch jetzt. Eigentlich könnte ich ja die Aufnahme erst beginnen, wenn wir schon in der Runde drin sind, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht noch ein kleiner Trailer oder ein Szenario kommt. Okay. Wir haben Meldungen über SCAR-Aktivitäten erhalten. Sei vorsichtig. Sind wir schon da? Entschuldige, aber ich kann einfach nicht anders. Ich bin vielleicht der erste Arcanist seit Jahren. Jahren, der eines entdeckt. Ich habe schon über potenzielle Anwendungsmöglichkeiten der Mannigfalt nachgedacht. Und dann konzentriere dich doch weiterhin darauf. Und am besten leise. Okay. Böse die Kaffee. Okay. Haben wir gerade Munition gekriegt? Na? Mein Häschen. Hup, mein Häschen. Kipp, mein Häschen. Okay. Nein. Keine Hallebäu. Also. Explore, du Muschi. Ja. Gut. Guck mal. Was uns hier erwartet. Es geht nicht weiter rein. Die Tür ist versperrt. Aber wir haben eine merkwürdig aussehende Vorrichtung gefunden. Sieht nicht aus, als wäre es von den Gestaltern erschaffen worden. Ich empfange nichts. Wer sind sie? Wurde noch ein Team akkommandiert. Das Relikt. Das Relikt. Es hat mich verändert. Hörst du das? Wer ist das? Weiß es nicht. Könnt's nicht mehr. Können wir was machen? Ja. Ja. Hier ist es oben. Dominion-Soldat-Verbrennung an den Kontaktpunkten. Lass uns tödliche Belektionen durch. Sie besitzen ein Gerät, mit dem Sie Gestalterkonstrukte beherrschen können. Die mysteriöse Kiste. Dazu müssten wir wissen, wie man sie aktiviert. In der Nähe ist ein Dominion-Lager. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis. Okay. Müssen zurück. Okay. In der Demo beginnst du mit Level 10. Kannst bis Level 15 erreichen. Gesamtlevel ist, glaube ich, dann, wenn das Spiel rauskommt, 30 erstmal. Level 30. So, jetzt sind wir wieder hier. Was macht das Dominion hier? Woher wussten Sie von... Woher? Ich habe einem Kollegen von der Akademie eine Nachricht geschickt, darüber, was ich rausgefunden habe. Dann wurde sie also abgefangen. Kann ich jetzt schon? Ja, ganz schön. Okay. Hallo? Gut, sind wir gebrochen, oder was? Was happened hier? Ich kann mal die Ulti zünden, aber... Ja, bitte. Geht nicht. Okay, man muss... Die Ulti dann wahrscheinlich... Oh, was? Schießt. Das ist mit dem Ende. Gute Arbeit. Und jetzt lass uns rausfinden, was das Dominion über die Ruine und die Mannigfalt weiß. Was? Ja, vorhin. Geräusche. Echt? Kann ich irgendwas benutzen? Okay. Was ist denn? Hast du Ladehemmung hier oder was? Wie hab ich denn das jetzt geschafft, dass der weiter fliegt? Nein! Geh weg! Du stinkst! Weiß nicht, also müssen wir erstmal da oben. Wir müssen erstmal da oben, ne? Oh wow! Hm, keiner gesehen! Weiß nicht. Wir haben es jetzt einfach mal kaputt gemacht. Okay. Okay. Es waren wir weit vorne, die waren weiter hinten. Dann sind die vorgelaufen und jetzt kommen wir zu denen, ne? Unserem Team. Das money fucked. Okay. Oder doch nicht? Oder doch? Letzte Frage. Das macht die Bremse und die Bremse und die Bremse? Okay, das ist wichtig. Die Bremse und die Bremse und die Bremse und die Bremse, das macht Also müssen wir sie mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah ok wir können echt Munition Aber leider nicht so viel Aua 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 Weg Weiß mal nicht, was wir hier machen Geschütze zerstören Mann hat das nicht Aua What Was Verlässt Einschränkungsbereich Ich glaube wir haben eins der Siegner gefunden Aber wir müssen die Sicherheitsmaßnahmen des Dominion drum herum loswerden Ich werde das schnellstmöglich entschlüsseln Das wird es so Was ist passiert? Was ist passiert? Ich schicke dir die Koordinaten eines weiteren Nominion-Lagers. Ich schicke dir die Koordinaten. Ich schicke dir die Koordinaten. Ich schicke dir die Koordinaten. Na? Fütter? Klapp nach. Ecke Opschen weißt du, ne? Weiß wieder genau wo es lang geht. Okay. Die Gegner down. Komm lande mal eben. Nein! Wie solls? Überhitzt doch jetzt, mein Kollege. Liste. Hast wieder raus. Wo ist man denn hin? Keine der liebenden Freunde. Wo? Äh, nach da oben. Wie solls? Kann doch nicht fliegen der Dreizack. Ich komme. Ich komme Freunde. Ich komme. Äh. Alter. Ja dann porte mich da hoch. Komm mir schon wieder vor wie bei Destiny weißt du. Ich komme nicht fliegen. Ich komme nicht zu hoch. Ja bleib mit dem fliegen, wo ich am besten will. Wie ist denn selbst der Hund schimpft mit mir. Selbst der Hund. Tü, tü, tü. Hallo? Nein, geht weg. Ja, ist gut. Ich weiß. Da kann man nach. Da kann man nach. Okay, bitte nur. Da kann man hin. Hier. Ja. Wurde das ebenfalls geschützt? Ich beginne mit der Entschlüsselung. Was bedeutet dieses Zeichen? Ja. 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 Das war da. Ich habe beide Signar. Hoffen wir, dass es klappt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Geh zurück zur Ruine und versuch die Tür zu öffnen. Länger fliegen, länger fliegen. Oh nein, da will ich jetzt nicht landen. Nein, da landen wir doch nicht. Nein, 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 ganz unwünzig, ganz unwünzig. Geh zurück. Geh zurück. Wenn die Sonne überwärts sind. Können Sie sich ja nicht mit denen nehmen. Aua, unser Kopfschmerz, ihr müsst doch total am Arsch, hör mal. Total am Pöppel ist, so viel gegen wie man klatscht. Okay, lad mal nach. Okay, lad mal nach. Okay, lad mal nach. Ich schalte mir glaube ich jetzt als nächstes vor. Ja Monos, hör mal. Hier. Bleib wachsam, vermutlich ist das Dominion hier. Weiß nicht, ob das so gut ist. I'm dead. Okay. Okay. Ich hab die Mannigfalt gefunden, aber sie wird von einer Art Barriere geschützt. Sie ist zu irgendeinem Zweck mit der ganzen Gestalterstruktur verbunden. Du musst die Verbindung unterbrechen, bevor die Mannigfalt entfernt werden kann. Okay. Was soll jetzt? Okay. Dann gehen wir hier hin. Das sind wahrscheinlich vier Leute zeitgleich. Bleib mal hier stehen. Bleib mal hier stehen. Die Barriere ist weg. Sei bloß vorsichtig. Die Mannigfalt ist sehr empfindlich. Und gefährlich? Das wahrscheinlich auch. Da. Was war jetzt das letzte Lösung? Absi. Bin auf dem Rückweg. Ich fasse es nicht. Wir haben es geschafft. Bis gleich. Okay. Der hat uns hier jetzt vor der Nase weggegrippt und wir müssen ihn jetzt so lange machen, bis wir sie auch haben. Wir lassen die Aufnahmen jetzt noch ein bisschen weiter laufen. Normalerweise ist ja so seit 20 Minuten Schluss mit der Folge, aber das machen wir jetzt noch. Wer war der Beste? Dreimal den Explorer. Guck mal dreimal ist der Explorer da. Jogosch. Okay. Platz 3. Lensbonus hinzugefügt. Ja und? Regionärsmedaille. Aha. Und jetzt? Los. Alles gut? Okay. Unsere Beute. Okay. Rache. Rache. Pulkroom. Rache Kammer. Leichtes Maschinengewehr. Gut. Äh. Die behalten wir ja ne? Der Schwergepernzerte Kolossus ist der größte und stärkste Jevelin. Okay, ein Ladebalken. Dann würde ich sagen, wirst du was? Das Spiel will mich dessen. Hier ist mal, wenn ich dann die Folge abbrechen will. Aber wir sind sowieso schon bei 23 Minuten. Dann werden wir in der nächsten Folge mit Matthias reden. Der alte Hauding. Und dann schauen wir mal, wie die Quest weitergeht. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wenn du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao.